Ein respektvoller Mensch sein, Werte zu haben, Intelligenz, Rückgrat und Stärke zu haben, Bescheiden sein und trotz Schmerz für das Leben danken, ein Kämpferjunge mit dem Herz eines Elefanten, Für die Familie, grad in harten Zeiten, immer da sein, Gott ist über einem, das muss einem immer klar sein, Willen und Mut, Überlebensdrang in dem Blut, nach vorne sehen, denn das Leben heißt, Kampf bis zum Tod, ehrenvoll sein, seine Wurzel nicht vergessen, Bra, auf seine Herkunft stolz sein, Gefühle haben und auch zeigen können, innere Kraft, sich treu bleiben und verzeihen können, Inneres Wachstum größer haben, seinen Weg überlegt, bis zum Ende gehen, Stand eines Löwen haben, Schwachen helfen und nicht jeder geht für sich, hör zu, das ist Kredibilität für mich. Und wir fallen, wir fallen, wir fallen, immer tiefer, doch uns wird der Weg zum Ziel, Die Zeit, die Zeit, wird immer miesen, doch was wir gelernt haben, macht uns Kredibilität für mich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020